Wir legen einfach los. Okay, leg los. Ach, Aufnahme läuft schon. Donau 3 FM. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Genau, und heute geht es nicht nur um Ohren, sondern auch um Augen. Nicht nur, weil wir uns hier quasi... Normalerweise sieht man die Leute im Radio nicht. Heute ist es so, ihr könnt uns sehen. Also hier im Weihnachtsmarkt-Radio-Studio quasi live vor Ort. Die, die uns zu Hause zuhören, können es nicht sehen. Aber mein Gast heute ist die Julia Uchtmann vom Römer Xenedom-Kino. Die Chefin. Bei ihr geht es ganz viel ums Sehen, ums Auge, um das Visuelle. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Denn wir machen ja auch eine ganz andere Sendung öfter mal zusammen. Beziehungsweise ich zusammen mit meinem Kollegen, dem Markus Oestele, den Sie vielleicht auch kennen, der heute leider nicht hier sein kann. Sonst wäre es noch lustiger geworden. Und zwar die Flimmerkiste. Das heißt, wir machen quasi sowas wie Flimmerkiste im Weihnachtsmarkt-Radio heute. Sind mehrere Sendungen auf einmal. Aber dich kennen die Leute nicht so. Jeder kennt dein Haus. Julia Uchtmann ist quasi die Chefin im Xenedom-Kino. Und wir fangen einfach mal bei dir persönlich an. Wie ist das bei dir passiert? Woher kommt deine Liebe zum Film? Warum machst du das beruflich? Und erinnerst du dich zum Beispiel an deinen allerersten Kinofilm? Wie fing deine Leidenschaft an? Oh je, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ja, deswegen fangen wir mal mit deinem ersten Kinofilm an. Wie alt warst du? Wie hieß der Film? Oder sag mal nur, wie hieß der Film? Welcher war es? Also mein erster Kinofilm hieß Bernhard und Bianca. Und da war ich sechs. Ja sowas, gell? Bei mir war es der Rerun, aber die Wiederaufführung von Schneewittchen und die sieben Zwerge. Damals, 80er irgendwann halt, oder? Ja und wie war das für dich? Da war das ja noch einfach nur ins Kino gehen und einen Film anschauen. Nein, das war damals schon was Tolles, weil Kino war ja nichts Alltägliches. Also das war ja wirklich so, mein Onkel ist gekommen und hat meine Schwester und mich abgeholt und hat gesagt, wir gehen jetzt ins Kino. Was ist Kino? Wir kamen uns ja einfach auch gar nicht. Und das war dann schon da rein und dann die vielen Sitze und die große Leinwand. Man kannte ja nur ein Fernseher zu Hause und das war ja damals auch noch nicht so die High-End-Technik. Und dann, wo es Licht ausging, dann gab es natürlich Popcorn, klassisch. Und es war schon, also wir waren da sehr, sehr, sehr fasziniert. Und tatsächlich ist diese Faszination auch heute ab und zu noch bei mir da. Ich wollte gerade fragen, ist geblieben. Also du machst es quasi auch aus Leidenschaft. Du bist Kinomacherin aus Leidenschaft. Ja, definitiv. Dann hat es irgendwie ein paar Jahrzehnte noch gebraucht, bis dann das Xinedo-Kino quasi gebaut wurde. Du hast nächstes Jahr 20-Jähriges. Ja, tatsächlich auch schon, ja. Und du bist seit Anfang an dabei. Ja. Wir haben es gerade von deinem ersten Kinofilm gehabt, Bernhard und Bianca, die kleine Julia geht ins Kino. Jetzt macht sie seit 20 Jahren selber Kino. Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Also tatsächlich war es so, mein ersten Kinokontakt, beziehungsweise erste Arbeit im Kino war 1999. Okay. Was, wann, wo? Es war in München, tatsächlich in unserer jetzigen Hauptfirma. Ah, okay, toll. Weil mein damaliger Partner, ein Freund von ihm, da in diesem Kino gearbeitet hat. Und der hat quasi zu uns Bescheid gesagt, im Haus fehlt noch Personal. Wie sieht es aus? Kommt er nach München? Schafft drei Wochen im Kino mit, könnt bei mir wohnen, ein bisschen Geld verdienen. Cool. Dann haben wir gesagt, ja klar, können wir machen, weil wir hatten ja Ferien, damals noch Schüler. Und dann sind wir nach München gefahren und haben drei Wochen in einem Kino gearbeitet. Das heißt, da hast du quasi die Backstage-Stuft geschnuppert? Das hast du mal richtige Kinoluft geschnuppert. Ja, also einfach auch so dieses Mitbekommen, was heißt Kino eigentlich von der anderen Seite. Also nicht reinsetzen und den Film genießen, sondern tatsächlich, was findet dahinter eigentlich alles statt. Und das ist dann für dich auch nicht ein Zaubert gewesen, sondern wurde das dann toller oder wurde es irgendwie so ein bisschen die Zauberei geht, die dann flöten oder bleibt die erhalten? Nein, also es ist tatsächlich auch heute noch so und mir ist es bewusst geworden, nach der langen Schließung wegen Corona in dieses Haus reinzulaufen und schon mal allein Popcorn zu riechen. Das ist für mich Kino. Also das ist einfach so, jetzt bin ich da, da gehöre ich hin, da bin ich zu Hause letztendlich. Und natürlich ist es ein anderes, ob ich als Gast da bin oder als Mitarbeiter, aber nee, es hat nichts kaputt gemacht, definitiv nicht. Das hat es eher noch spannender und faszinierender gemacht. Noch erweitert, ja. Ja, ging mir auch so. Ich habe auch eine Zeit lang im Kino gearbeitet und ich habe es wirklich geliebt, weil ich habe das auch in meinem ganzen Leben immer mal machen wollen. Ich habe auch als, ah gut, geht jetzt nicht um mich hier. Ich wollte auch schon immer mal im Kino arbeiten, habe das dann auch getan. Jetzt machst du es 20 Jahre lang, der Zauber ist immer noch da. Nächstes Jahr ist 20-Jähriges für das Xenedom Kino. Dieses Jahr war ein unglaublich spannendes Jahr auch. 2022 lief es ja wieder an, nach dieser ganzen Corona-Schließung. Wie war das Jahr 2022, um da jetzt mal direkt in der Gegenwart zu landen? Wir hatten zwei Top-Filme dieses Jahr. Das war Top Gun, Maverick und jetzt aktuell Avatar, oder? Ansonsten, wie war das Kino Jahr 2022? War es doch schwierig? Ja, wir haben die Minions noch vergessen. Ach, sind die so reingeknallt, oder? Das Jahr war spannend, weil wir ja alle gar nicht wussten, wie verläuft das Jahr, was kommt, was kommt noch an Auflagen, machen sie wieder zu, irgendwelche Abstandsregelungen, was auch immer. Also es war ja sehr spannend für uns überhaupt zu machen und wir haben einfach gesagt, okay, Augen zu und durch, wir starten jetzt los. Wir sind einfach wieder gewollt, Kino den Menschen zu schenken und zu geben und hoffen einfach, dass die Menschen das auch irgendwo annehmen und als Gäste wieder zu uns ins Kino kommen. Und es war tatsächlich so, dass das auch sehr schnell funktioniert hat, dass wir auch tatsächlich schnell gemerkt haben, okay, die Leute wollen Kino, die wollen diesen Flair, was Kino halt einfach für viele ist. Für jeden ist es ja ein bisschen was anderes. Ja, die Ruhe, der Sound, die Magie, dieses auf große Leinwand einfach Dinge erleben, die ich in keinem Heimkino erleben kann, egal wie gut mein Heimkino ist. Außer du, dein Heimkino ist ein Kino. Ja, mein Heimkino ist ein Kino, genau. Nein, aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber das beste Heimkino ersetzt kein Kinosaal, ist es einfach so. Und das hat dann auch gut funktioniert und das haben wir dann auch alles immer fortgeführt. Und wir hatten tatsächlich trotzdem, dass dieser Sommer so extrem warm war, so einen guten Sommer hatten wir lange nicht. Ja, weil man einfach gemerkt hat, ja, die Menschen wollen wieder. Also wir kriegen es ja auch in anderen Freizeitbereichen mit, dass die auch gesagt haben, ja, die Leute waren einfach ausgehungen. Und sie wollten einfach wieder gemeinschaftlich was erleben, andere Leute sehen, anderes machen. Und das war dann schon toll. Genau so, gegen die Entfremdung. Und dann war ja irgendwann klar, dass es auch für den Winter keine Auflagen gibt. Und dann haben wir uns alle gefreut, weil wir gesagt haben, okay, cool, es stehen noch tatsächlich ein paar schöne Filme in der Pipeline. Das wird ein, naja, noch lang nicht das, was man sich wünscht, aber doch ein gutes Kinojahr. Und aktuell sind halt die ganzen Krisen, die jetzt Deutschland so überrollen, merken wir natürlich schon auch. Ja, also es ist doch ein wenig Verhalten, einfach, ja. Wie kommt ihr bei der Energiekrise jetzt? Klar, mit Mehrkosten im Kino. Ich meine, allein so ein Projektor, den kann man ja nicht einfach, also ein Kino kostet ja auch, wenn niemand da ist und alles aus ist. Das funktioniert wahrscheinlich gerade so irgendwie, oder? Naja, aktuell haben wir gesagt, dieses Jahr werden wir alles so belassen und nicht zu erhöhen. Wir wollen jetzt einfach, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, einfach mal was erleben zu können. Und wie sich das dann ab nächstes Jahr darstellt, müssen wir einfach gucken, was dann final einfach auch berechnet wird. Klar, wie es weitergeht. Und wie wir es dann einfach auch auffangen können. Bleiben wir noch in diesem Jahr. Wie war das da Anfang des Jahres, als es dann hieß, wir legen los, wir machen wieder Kino. Das ist ja nicht so, dass das Xenedom in Ulm das alleine sagen kann. Da müssen, da gehören ja Verleiher dazu und andere Kinos, die wieder aufmachen. Wie, also es gibt ja diesen HDF, heißt er, glaube ich, dieser große Verband der Kinobetreiber ist es. Mit ganz vielen Kinos in ganz Deutschland waren die da alle, haben alle an einem Strang gezogen und wollten alle dasselbe. Oder gab es da Schwierigkeiten auch von Seiten von Verleihern, die gezögert haben vielleicht? Nein, gar nicht. Also es war ja schon 2021 so, dass wir ja langsam wieder angefangen haben. Und nein, es möchte jeder, jeder Kinoschaffende, jeder, der mit Kino was zu tun hat, möchte Kino machen. Also sei das ein Verleih, der seinen Film ins Kino bringen möchte oder der Kinobetreiber, der die Filme dann zeigen möchte und die Gäste einfach wieder gerne im Haushalt sein Haus beleben möchte. Und der einfach das Schlimmste von dem Kino ist und das habe ich einfach festgestellt in der Corona-Zeit, wo wir so lange zu hatten, ein stilles Haus, ein dunkles Haus. Und nicht dunkel, weil jetzt der Film losgeht, sondern dunkel, weil einfach nichts läuft. Ja, ich erinnere mich, ich war ja einmal bei dir zu Besuch wegen einem Interview, glaube ich, und das war so seltsam, dieses ruhige, große Haus. Das war ganz, ganz gespenstisch. War das fast schon. Einfach aufwachen und dann kommen die Leute rein mittags, viele Kinder, Jugendliche, die einfach Leben in dieses Haus bringen, die die Treppe hoch und ihre Treppe runter rennen und sich gegenseitig irgendwas zurufen. Es sind dann abends die Älteren, die aber auch dieses Leben reinbringen auf eine vielleicht ruhigere, andere Art, aber trotzdem, es bewegt sich was im Haus. Es ist immer irgendwo, irgendwo was. Jemand steht da, irgendjemand braucht was oder oder. Und das ist ja das Tolle. Und dann ist halt auch das Tolle, dass es viele Partner gibt, wo man einfach jetzt wieder was gemeinsam miteinander machen kann. Ja, klar. Wo man einfach sagen kann, hey, komm, jetzt ist die Zeit, jetzt machen wir wieder irgendwas. Hatte ich auch tatsächlich nach langer Zeit endlich wieder dieses Jahr, war ich in einem ganz wunderbaren Film mit meiner Frau, den du mir auch empfohlen hattest, und zwar der Gesang der Flusskrebse. Wir hatten es in einer anderen Sendung davon, wo ich dachte, das interessiert mich gar nicht. Das klingt nach ganz, ganz Schrecklichem. Aber ich habe mich überzeugen lassen, ich war drin und es ist einer der schönsten Filme, die ich gesehen habe dieses Jahr. Und wahrscheinlich auch überhaupt wunderschöner Film. Gibt es mittlerweile schon als Home-Video. Gehen wir in den Home-Video-Bereich, viele Anbieter, Verleiher, gerade Disney, bringt ja viel Zeug jetzt direkt auf sein Streaming-Portal. Kotzt dich das richtig an oder denkst du dir, egal, es gibt genug gutes Zeug? Weil es ist ja nicht so, dass die Filme ausgehen, da gibt es ja mehr als genug. Wie gehst du damit um, mit Streaming-Giganten? Sind das Gegner oder Mitspieler? Weil es hieß ja schon vor zig Jahren, der Fernseher tötet das Kino, ist auch nicht passiert. Ich sehe es sehr, sehr differenziert. Natürlich hat das Kino durch das Streaming-Kinogänger verloren, aber Kino wird deswegen nicht sterben. Weil, wie gesagt, nichts ersetzt einen Kinosaal. Es ist einfach so. Und gewisse Filme gehören einfach auf eine riesengroße Leinwand mit einem absolut tollen Soundsystem. Und dann muss man da drin sitzen und einfach diesen Rums und dieses alles mitnehmen und sagen, wow. Und dann kann ich ein zweites und drittes Mal auch im Streaming anschauen. Aber viele Filme, die ich im Kino gesehen habe, wo ich gesagt habe, wow, richtig gut. Die ich dann zu Hause auf dem Fernseher anguckt habe und ich habe jetzt auch nicht so einen kleinen Fernseher. Es war halt nicht so gut. Es ist halt einfach nicht. Und von dem her, ja, also die, die eh schon nie sich so wirklich hundertprozentig für Kino faszinieren konnten, die hat das Streaming bestimmt geholt. Aber ich sage, die Menschen wollen trotzdem Kino. Der Trend geht ja auch Richtung Event-Kino, heißt es ja schon auch schon seit Längerem, dass die Leute nicht mehr einfach nur hingehen, Kasse, Kino, sondern also sowieso gehört Popcorn kaufen, Cola und gehört alles dazu. Aber es geht halt immer mehr zu Aktionen im Kino auch, um das zu einem noch besondereren Erlebnis zu machen, wie es auch früher mal war zu Zeiten von, ich weiß, zufälligerweise dein Lieblingsfilm ist Ben-Hur. Zu Zeiten, als Ben-Hur ins Kino kam, da war ja wirklich, da ist man mit Anzug und Frack ins Kino gegangen, hat vorher ein Prosecco oder ein Sekt bekommen, hat sich dann die Vorstellung angeschaut, wie als würde man in eine Oper gehen. Dann kam der Gong, Vorhang zu, Pause eine halbe Stunde, da ging man wieder raus, hat ein Häppchen gegessen, Sekt getrunken, ist er wieder rein. Das war wie in die Oper gehen, das war Event. Sowas in der Richtung hast du jetzt gemacht mit Avatar, sprechen wir gleich drüber, mit einer großen Aktion mit, muss ich gleich nochmal genauer erklären, ich weiß nur, dass es eben auch Essen und Trinken gab und also schon eine Stunde vor Filmbeginn mit Aufwärmen und so weiter und dann den Film anschauen und so. Also in die Richtung geht Kino allgemein, bevor wir auf Avatar zu sprechen kommen. Wie wichtig ist das und was steht uns da noch alles so bevor? Beim 20-jährigen Jubiläum wird ja einiges geboten sein im Synodum. Also natürlich ist Kino in vielen Fällen nicht mehr nur, ich gehe hin, ich setze mich hin, ich gucke den Film an. Man muss einfach drumherum so ein bisschen auch mehr bieten. Und da machen wir ganz viel. Also es sei das jetzt zu Premieren, dass es davor irgendwelche zum Empfang ein Getränk gibt. Wir haben bei, ist auch schon ein bisschen her, aber bei Bohemian Rhapsody haben wir eine ganz große Geschichte gemacht, dann auch mit Buffet und Fotobox. Und wenn die Leute verkleidet kommen sind, gab es dann noch einen Gewinn und Saalverlosungen und, und, und. Also es gibt ja so vieles, was man machen kann. Wir machen Frühstückskino mit euch zusammen, mit dem Spatz zusammen machen wir so Spatz-Klassik-Kino. Oder die Matinee, gell? Wo wir sonntags einmal im Monat einfach so die klassischen Filme zeigen, also Filme aus Jahrzehnten. Ja, Frühstück für Tiffany und so lief da, gell? Ja, genau. Das lief diesen Monat schon, oder? Nein, wir haben jetzt am Sonntag haben wir Frühstückskino mit Schatz im Silbersee. Schatz im Silbersee? Ja, es ist hier Karl May. 60 Jahre Schatz im Silbersee und 70 Jahre Karl May ist es, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall ein Jubiläum und deswegen wird der Film da angeboten. Und genau, da geht es um ein Frühstück davor und oft noch irgendwie ein Cocktail in der X-Losch danach. Oder jetzt dieses Mal gibt es einen Cocktail, genau. Beim nächsten Mal haben wir dann Glühwein zum Beispiel zum Abschluss und so. Also es ist immer auch so ein bisschen Event-Charakter drumherum. Und so funktioniert Kino. Und das wird auch angenommen, ne? Ja, ja, ja. Man merkt, dass eben Kino nicht mehr nur Kinos sein soll. Ja, und auch viel mehr kann einfach, ne? Großer Brecher, absolutes Megading dieses Jahr zum Abschluss. Auch die große Hoffnung für Kinos, dass der Blockbuster wieder die Massen ins Kino zieht, ist definitiv Avatar 2. Erstmal reden wir einfach nur über den Film. Wir haben ihn mittlerweile beide gesehen. Wie ging es dir dabei? Ich bin total fasziniert von dem Film. Er beschäftigt mich auch heute noch. Also das schaffen selten Filme, mich so mit reinzunehmen in diese Geschichte, dass wirklich alles drumherum vergessen wird. Und man da einfach, ja, mit lebt, mit leidet, mit dabei ist. Und ja, er geht sehr lange, aber diese lange Zeit ist eigentlich gar nicht... Also ich hätte noch eine Stunde länger sitzen können und einfach weiterschauen können, weil es mich nicht nur diese ganze Technik, die der Film anhand von Bildqualität fasziniert hat. Oder gerade, weil diese Qualität da war, man einfach auch so das Gefühl hat, man ist mittendrin. Man spielt letztendlich mit so, ja. Und ja, also der Film war aus und ich habe erstmal tatsächlich drei Minuten für mich gebraucht, um zu sagen, leider bin ich jetzt wieder im Hier und Jetzt. Ja, ja, muss man auch mal Sachen lassen, ja. Aber positiv, also jetzt gar nicht definitiv. Er hat es halt einfach wieder geschafft, einen Film auf die Leinwand zu bringen, der meiner Meinung nach durch diese vielen verschiedenen Aspekte, die der Film hat, jeden da abzuholen, wo er gerade steht. Und das ist egal, wo man steht. Also man findet immer irgendwann den Ansatzpunkt, um in diesen Film reinzukommen. Das stimmt, ja. Und das macht er so verdammt gut, der James Cameron, dass ich einfach... Ich hatte ein bisschen Sorge, dass der zweite Teil vielleicht da irgendwie so ein bisschen sankt. Ich auch, ja. Und das ist halt nicht so. Und deswegen, ja, ich war, wie gesagt, geflasht. Ja, hin und weg. Ich war auch total, also, wir haben wirklich die Worte gefehlt danach. So unglaublich, unfassbar, was der Mann da auf die Leinwand zaubert, dieser James Cameron. Und der hatte mit Avatar damals schon Maßstäbe gesetzt vor 13 Jahren und schafft es jetzt wirklich nochmal. Also nach 13 Jahren da was dir vors Auge zu setzen, was es so echt noch nie gab. Also vor allem gerade auch The Way of Water, die Wasseraufnahmen, wie das an denen runterperr, also nur technisch jetzt, das sieht so echt aus. Alles unglaublich. Und genau dafür ist Kino gemacht. Und genau so ein Typ ist auch dieser James Cameron, oder? Das sind Leute wahrscheinlich, die man auch als Kinomacher anbetet. Nicht nur als Filmfan, sondern so von wegen, dass es sowas gibt, dass Leute sowas überhaupt zustande bringen. Also der hat ja eine Minute Film, hat wahrscheinlich drei Wochen oder vier Monate Arbeit oder so. Das ist halt das Schöne, was ich bei ihm finde. Er macht Film, weil er Film machen möchte und nicht das Kummerz deswegen. Stimmt. Und er macht den, oder er bringt den Film auch nur dann auf Leinwand, wenn er sagt, für mich ist es zu 100 Prozent das, was ich als Film den Menschen geben will. Und wenn das nicht so ist, dann stampft er seine Projekte auch rein. Er kann es sich auch leisten halt, ne? Ja, das mag ja sein, aber es gibt viele andere, die sich das auch leisten könnten. Und da einfach ganz viel so Mainstream rauskommt. Also so die schnelle Nummer, sage ich jetzt mal. Das klatschen wir jetzt, also das ist jetzt böse gesagt, aber einfach ganz einfach gesagt, das klatschen wir jetzt kurz hin. Dann wird es der Hype und dann verdienen wir ganz viel Geld. Und das ist Cameron halt nicht. Cameron sagt, ich möchte Qualität. Ich möchte, wenn ich es rausbringe, das halt einfach auch so, dass ich zufrieden bin. Das finde ich toll, dass es da einfach auch noch so Menschen gibt, die das... Ja, bis zum Schluss durchziehen, aber eben auch können. Er kann es halt auch, weißt du, also der hat ja echt ein Talent. Avatar 2 ist jetzt im Kino und wird dann wahrscheinlich auch der erhoffte Erfolg, dass mal wieder so richtig die Leute alle in dein Haus einlaufen. Wir freuen uns über jeden, der kommt, definitiv, ja. Cool, super. Dann machen wir einen Ausblick auf nächstes Jahr. Dieses Jahr wird keine große Bombe mehr ins Kino kommen, oder? Das Avatar, kommt noch irgendwas um Weihnachten rum? Ach, der kommt auch noch erst, oder? Nächste Woche. Nächste Woche, okay, startet noch der gestiefelte Karte. Meinst du, der fetzt so, als kennen die Kinder von heute überhaupt noch Schreck? Ja. Also ist er die gestiefelte Karte aus Schreck? Genau. Okay, ja, meinst du, der kommt an? Ich weiß es nicht, aber ich finde, es ist ein gutes Gegenpart zu Avatar. Und ich denke, so für Weihnachten und jetzt einfach auch so für Familien, die vielleicht einfach Zeit haben, ins Kino zu gehen, ist es auf jeden Fall ein Film, wo man sagen kann, da läuft was Neues auch für die Kleineren. Genau. Okay, da hast du recht, weil ich meine, die gestiefelte Karte, als Märchen kennt jeder, da braucht man eigentlich gar nicht Schreck. Gut, okay, hast recht. Genau, Minions war, hast du gesagt, ist ja auch, lief ja auch super. Also so was, Kinderfilme laufen immer ganz cool, wenn sie was können, ne? Genau. Okay, gut. 2022 fängt an mit einem ziemlich dicken Film von Guy Ritchie, der quasi seinen eigenen Bond jetzt dreht, weil er irgendwie nie dürfte. Wie es heißt, Operation Fortune heißt der Film, den zeigen wir zusammen am 5. Januar um halb sieben im Frühstückskino. Hast du den irgendwie schon vorab, hast du irgendwas sehen können? Ich kenne den ganzen Film schon. Darfst du auch drüber sprechen? Ja, ein bisschen. Na, erzähl mal, was ist das für ein Film? Wie ist der? Ist der geil? Was ist das für ein Ding? Ja, es ist, also ich persönlich fand ihn ganz toll. Es ist ein Gangster-Film, der jetzt aber viel Witz auch drin hat, ja, wo viel auch über sich selber Spaß gemacht wird, wo wir haben den sehen dürfen auf der Filmmesse in Köln. Wir saßen, also das komplette Team saß drin und der Film war vorbei und wir waren alle voll begeistert und haben gesagt, der muss auf jeden Fall sein. Ach, cool. Ja, Guy Ritchie ist auch einer derjenigen, die was können. Ja, aber es ist wirklich, manchmal erinnerte er mich an andere Filme, die will ich jetzt nicht erwähnen. Also es ist so eine Mischung, aber es ist echt einfach was wieder gut gemachtes, aber nicht ernstes. Ja, so eine Satire ein bisschen auch dann, oder? Ja, so ein bisschen. Okay. An sich ist es ja der Gangster-Film, ja. Ja, ist es denn der Bond, den Guy Ritchie nie drehen dürfte? Ist das Gerücht wahr? Stimmt das? Ist es eigentlich eine Bond-Satire dann? Also Jason Statham, der Actionstar spielt mit, ist quasi Helmut Fortune oder so, also der heißt Fortune. Ist der quasi der Bond? Kann das eine Reihe werden? Ja gut, natürlich Fortsetzung ist da auf jeden Fall machbar, so wie der Film auch geendet hat. Aber ob ich das jetzt mit Bond gleichsetzen würde, nein. Okay, eher nicht, alles klar. Trotzdem läuft er am 5. Januar um 6.30 Uhr im Frühstückskino. Und wir haben auch noch eine ganz andere tolle Sache, die jetzt unmittelbar kurz bevor steht, genau diese Woche stimmen wir ab mit euch Hörern. Und zwar der Lieblingsfilm aus Schwaben wird gesucht und der zeigt, zeigt, der Lieblingsweihnachtsfilm, Entschuldigung, stimmt. Und es zeichnen sich auch schon so ein paar Favoriten ab, die dann gezeigt werden, wann, von wann bis wann werden die laufen? 23 St. Zwölfter bis 27 St. Zwölfter. Jeweils 13 Uhr, ne? Nur um 13 Uhr, genau. Genau. Und wir nehmen die 5, Top 5 und werden die dann zeigen. Gut, sind wir gespannt, was da rauskommt. Ich bin schon schön gespannt wie ein Flitzebogen. Ich weiß schon mehr wie ich, weil ich weiß nämlich gar nichts. Ne, es gibt nur einen leichten Trend, aber ich will auch noch nichts verraten. Ja, alles gut. Ihr verratet mir dann, was am Ende rauskommt. Ja, es wird schön, weil es geht um Weihnachten und Weihnachten. Ja, aber es sind verschiedene. Es sind nicht nur die triefenden Weihnachtsfilme mit viel Kitsch. Es sind auch Actionfilme vorgeschlagen worden, die was mit Weihnachten zu tun haben. Also es bleibt spannend. Die Auflösung gibt es, glaube ich, nächste Woche Dienstag. Ja, soweit ich weiß, ist es so. Okay, Julia Uchtmann vom Xynodum Kino in Ulm. Zu Gast im Weihnachtsmarkt, Radio, Studio, Flimmerkisten, Spezial. Habe ich noch irgendwas vergessen? Liegt dir was auf der Seele? Vergessen haben wir, glaube ich, nicht. Was passiert nächstes Jahr zum 20-Jährigen? Gibt es da schon irgendwie irgendwas, was du verraten kannst? Nee, da wollten wir uns auch noch zusammensetzen und ein paar Sachen gemeinsam. Ja, es gibt verschiedene Überlegungen. Es wird verschiedene Aktionen geben, aber wir sind da noch voll in der Planung und es ist jetzt einfach, ja, es ist schon Ende vom Jahr. Wir haben unser 20. Jahr tatsächlich eingeläutet, vorgestern. Was war da? Spatenstich? Am 13.12.2003 haben wir das Haus eröffnet. Aber das ist ja dann nächstes Jahr erst, im Dezember. Wir fangen jetzt mit dem 20. Jahr an und schießen dann mit dem Geburtstag ab. Ach, wie krass. Wahnsinn. Ja, dann nochmal abschließen. Wie fühlt es sich an, 20 Jahre Kino zu machen? Lustig ist, dass ich immer noch diesen Eröffnungstag im Kopf habe. Und der Eröffnungstag war einfach Handwerker im Haus. Die Handwerker wurden dann durch den Hinterausgang raus, während vorne schon der rote Teppich und die Gäste über den roten Teppich rein. Man hat es dann mit Bauzaunen schön verkleidet, weil es war ja noch längst nicht fertig, das Haus. Ich meine, wir konnten zu dem Zeitpunkt mit vier Kinos überhaupt erst spielen. Ach. Die sind dann quasi unten über den roten Teppich rein, mit dem Aufzug hoch. Kino 1 war natürlich fertig, klar. Da gab es dann den großen Eröffnungsfilm. Es gab eine Riesenparty und am nächsten Tag war der komplette Boden zerstört. Oh. Das war die Geschichte der Eröffnung, ja. Das habe ich immer noch so vor mir, ja. Und von dem her sind 20 Jahre schon verdammt lang. Aber irgendwie auch so kurz. Wir wünschen dir ganz viel Glück noch für die nächsten 20 Jahre und überhaupt für das nächste Jahr, dass es da wieder richtig ordentlich losgeht mit Kino. Vielen Dank, Julia Uchtmann. Ich sage danke. Bis bald. Schöne Weihnachtszeit an alle und so. Nur noch 3SM.